Hey meine Freaks und erstmal bevor das Video losgeht eine kleine Information. Das Server Let's Play wird auslaufen. Ich habe noch wirklich einiges an Aufnahmematerial hier auf meinem PC, was ich jetzt nach und nach vielleicht noch hochladen werde einfach. Ist aber so an sich, ich würde sagen erstmal die letzte Serie wird auch für diesen Kanal. Der Server ist auch runtergenommen, weil wir haben uns als Team zusammengesetzt und haben gesagt, läuft nicht mehr so. Den haben wir jetzt runtergenommen. Ich habe meinen eigenen Server jetzt noch nebenbei. Also die Serie wird auslaufen. Ich wünsche euch sonst noch viel Spaß dabei. Haut rein. Viel Spaß. Das ist einer der 1.9 Features, die ich feier. Jetzt bin ich aber mehr oder weniger, habe ich mich ein bisschen zu überschätzen mit dem Farm. Ich habe nämlich wiederum nicht genug Kohle, um alles zu verbrennen. Ist aber nicht so schlimm, so viel Glas brauche ich. Da ist natürlich wieder ein Creeper-Monster. Gehen Sie hier raus, junge Dame. Das kommt ja, da ist aber nicht mehr hoch. Ja, ich bin schon wie viel Spaß dabei. Nicht mein gut. Das kommt natürlich wieder hoch. Kommt nicht mehr hoch. Das ist ja nicht mehr hoch. Natürlich kommt dann wieder hoch. Da kommt doch wieder hoch. Jetzt kommt dann wieder hoch. Jetzt kommt jetzt wieder nicht mehr hoch. Aha. Junge. Junge. Ich krieg mich jetzt zu Weißglot hier, ne? aber wo ist das holz ich habe überhaupt kein holz mitgebracht dass ich sollte mich was schämen ich habe jetzt wieder arbeit von holz und sandfarming und so ich habe mich natürlich nur nach sand umgeschaut weil ich mir gedacht habe holz heute habe ich sowieso genug war gut schauen und das habe ich schon wieder schweine rumgrunzen ich treu wenn man was hört gleich mal mitnehmen besser zu viel als zu wenig ach schön ich will hier gerade bei mir die ganzen dinger gläser durchbrennen habe ich noch fackeln acht stück 42 das sieht schon mal besser aus dunkel und ich glaube der zombie der will mich gleich angreifen wenn ich wieder zurück ich habe übrigens die witch gar nicht mehr gehört die witch hoffentlich ist sie auch verschwunden ich mache jetzt mal den das schwein nämlich jetzt noch mit jemand schlafen gegangen es ist mittlerweile so dass nur noch einer schlafen gehen muss oder wie ist das ja äh plug-in essentiels nice ist aber schon alt glaubst du auch schon den 1,7 1,6 glaub ich auch schon da ist unser kollege ne hab mir schon gunpowder droppen lassen 54 klaus ich hab hier nur noch zwei steaks und naja ein glas ein glas wird hier jetzt die welt nicht sein ich hab ein ganz schön freilicht schlafzimmer mit schöner uhr hier ist auch noch ein bisschen freilicht wollte ich sagen da fiel ich dann auch schon runter ich muss sagen seit mir das aber auch tut ich hab hier Mist gebaut ich hatte den endermann hier schon wieder rum rummachen und ich hab hier einfach hier und hier mache ich natürlich mal wieder terraforming das darf natürlich nicht so offensichtlich sein alles so sieht doch ganz toll aus würde ich das hier natürlich auch raus machen und dafür hier mal ein wenig genau oh man nimmt die Spitzhacke um Holz abzubauen 64 und 10 Glas ok genau die Spitzhacke um Holz abzubauen yeah ja 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 was hat hier gerade so gepasst 64 und 39 Glas hab ich noch mach ich doch mal hier die den gunpowder rein und mir das eine Glas schon mal raus und dann mal sechs Diamanten hab ich 1,2,3 ok so 2 brauche ich dafür ach du scheiße soll ich das wirklich machen soll ich wirklich eine obwohl dafür bräuchte ich auch erstmal wieder Leder ich hab sogar eine Idee wie ich da hier das Problem lösen kann so zack keiner mit und hier oben drauf das sieht man hier ja auch gar nicht das ist der Vorteil an der Sache alles gar nicht und hier nochmal genauso soll ich das wirklich machen alles alles schön durchdacht hier auch weil ich mache ja natürlich das der Optik halber mache ich hier natürlich auch runden Planks hin und hier auch und hier auch dann auch hier oben drauf also dann mache ich da drüben genau so weil sonst zieht es auch nichts aus kann man sich jetzt drüber streiten ob das jetzt gut aussieht oder nicht soll ja nur der Lichteffekt bedienen und hier kommt eine Fackel hin hier hier du hast ja gesagt ähm die die dünnen Glasscheiben sind besser oder? mhm kann man da mehr rausholen? äh ja aus 8 normalen Glas bekommst du 16 Glasscheiben obwohl dann mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne aus 6 normalen Glas kannst du einfach 16 Glasscheiben rausholen ach natürlich toll und die kann man wieder abbauen äh nein nicht? die verhalten sich wie ganz normales Glas ja ok natürlich kann man sie nicht abbauen sonst wäre es ja zu einfach mach ich das natürlich so so Erde 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 ist ein bisschen viel Erde aber egal wo ist mein Steak? Steak Erde dann weiter runter oh man man merkt ähm so ein bisschen Glas gefeucht ich vielleicht komm an den Ofen kann ich auch so gehts auch komme ich auch an den Ofen ich bin da hinten noch Stopp ist mehr als genug vielleicht mach ich da noch irgendwann ne Tür rein ich bin mir noch nicht sicher aber irgendwann wird der Tag kommt eigentlich lass ich es sowas von Holz abzuhacken aber irgendwann wird es ja nötig recht noch mit Balkon und alles bin ich noch am überlegen würde sogar mal was her machen ach komm es einmal doch nicht so machen wir es doch einfach mal und schauen wie es auch am Ende aussieht doch niemanden umgebracht ne? mhm dann wollte den Baum lass ich erstmal stehen soo weil ich bin nämlich gerade an der Farm und dort brauche ich jetzt genug Zäune ich brauche jetzt unbedingt noch ein normales Holz also wie macht man denn nochmal Zäune in der 1 8 war das soo ne das war ein Zäune ach nee das war ja 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 so rum macht man das das täuscht genau irgendwo ist noch ein Zombie habe ich hier deutlich gehört genau irgendwo ist noch ein Zombie mal mal ob das mit dem Holz überhaupt aussieht letztendlich auf jeden Fall was ja gut also man muss natürlich auch treffen können mhm eins zu nach links verschoben eins zu nach links verschoben da ist irgendwas im Busch mhm das würde es sich anbieten hier noch ein Balkon rein zu bauen was mit dem Holz so gut aussieht ich mache es jetzt einfach mal so und hole mir noch eine Tür der Kollege hier steht für die Tür oder? ok der steht da unten rum der Babyzombie der ist natürlich am aggressivsten ich hasse die genau läuft da unter der Treppe durch weil der nur einen Block groß ist der kleine Licht natürlich Mistvieh auch 60 Fackeln haben wir was machen wir denn mit den Fackeln wir machen jetzt hier mal ein bisschen mehr Licht in die Bude damit so was nicht mehr vorkommen kann hier nochmal eine hin hier 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 nochmal hier hier und hier dürfte eigentlich genügen für das erste hier ähm wissen die Tür, die habe ich gar nicht mitgenommen auf dem Weg hier 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 kann ich... hier hier es ist da da Ich hab hier auch nix mehr so viel Holzauflager, das ist grad erst gefarmt und trotzdem wieder wenig. Das muss so langen. Loll, Gras kann auch random einfach mal wieder spawnen. Also ich glaub mal, hier kann ich immer bisschen was weg machen. Einmal nix aus. Bisschen in der Nähe deines Bettes? Natürlich, soll ich mal ins Bett gehen? Ja, weil es wird so langsam was. Kann ich schon und mach ich auch schon. Danke. Gehen ja gleich zwei Items nebeneinander bei mir kaputt. Oh, hier ist ordentlich was gewachsen. So, nehmen wir mal wieder die Seeds. Fuck. Da drüben, ach das kann auch ein bisschen wachsen. Und reicht es für ein Brot? Vielleicht hinten und vorne, ne? Natürlich nicht. Also da muss ich euch sagen, die Schweine, die haben mir viel mehr Sachen geliefert. Von Sachen Essen. Jetzt nen ganzen Steck voll gekochten Schweine, gegrillte Schweinsuckra, ne? Ich hab mal wesentlich mehr davon. Ich hab mal wesentlich mehr davon. Noch besser sind natürlich Karotten, da kannst du ewig lang äh... Vorstatt machen. Oder Suppe? Hm. Die Äpfel? Die Äpfel? Hm. Eine brauche ich. Eine... Ähm... Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020